Hallo Leute und willkommen bei uns beim Würflorden. Heute möchte ich euch einen 3D-Designer vorstellen, der erst seit sehr kurzem am Markt ist. Ich habe jetzt nicht explizit was da, sondern ich möchte euch einfach mal auf ihn aufmerksam machen und einige seiner Modelle hier zeigen. Und zwar jetzt einmal grundsätzlich als Renderings, was man so von ihm auf seiner Seite bekommt bzw. was er mir dafür zugeschickt hat, einfach um euch mal zu zeigen, was es da gibt und was ihr euch erwarten könnt. Und zwar grundsätzlich ist es ein europäischer, besser gesagt französischer Designer, der sich aktuell sehr stark auf das Thema geflügelte Schatten, also Ringgeist auf geflügelten Schatten spezialisiert hat. Insgesamt gibt es bis jetzt vier, sollten aber in nächster Zeit immer mehr werden. Dann aktuell gibt es den Hexenkönig, also er nennt sie nicht den Hexenkönig, aber passende Alternativmodelle zum Hexenkönig. Zum Verräter auf geflügelten Schatten, der mir bis jetzt am besten gefällt, den finde ich richtig cool und hat den großen Vorteil. Da kenne ich bis jetzt noch nichts. Hätte ich nicht ein Umbauprojekt zum Verräter, würde ich mir den wahrscheinlich sofort gönnen. Dann Kamul auf geflügelten Schatten und den dunklen Marschall, also eine richtig coole Auswahl. Ich blende euch da nebenbei immer so ein bisschen die Bilder ein, beziehungsweise spiele ein bisschen die Videos darüber, die es von ihm schon gibt und die sind richtig, richtig stark. Außerdem hat er auch einen alternativen Gullauer gemacht, den ich persönlich sehr, sehr cool finde. Was ich daran stark finde, er verkauft einerseits die fertig gedruckten Miniaturen, versendet jetzt auch in ganz Europa, wenn ich mich nicht irre, und andererseits verkauft er sowohl die 3D-Designs als auch die Lizenzen, diese als gedruckter Form zu verkaufen. Also eine richtig coole Sache meiner Meinung nach. Schaut es euch gerne mal an. Ich habe es euch unten verlinkt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ist einmal ein Blick wert, dass man sich das Ganze anschaut. Weil schließlich, wenn mal wer was macht, sollte man ihm auch die Aufmerksamkeit geben, die er verdient. Vor allem, er macht wirklich cooles Zeug und da lohnt es sich schon zum Reinschauen. Das war ein relativ kurzes Video. Ich weiß, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, einen kurzen Ausblick, und euch mal hier was zu zeigen, was ich nicht unbedingt haptisch bei mir habe, aber einfach hier die Möglichkeit aufzuzeigen, was es für unser Hobby alles gibt. Vielen Dank. Was haltet ihr früher von den Modellen? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und hoffentlich bis am Samstag zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.